Jetzt geht es um diese Lampen, das sind nicht nur einfache Lampen, sondern... Hallo Leute, das ist unser neues Gerät, unsere Entwicklung, das ist neu im Markt. Und bei denen hat man Vorteile, dann braucht man kein Kleepapier mehr und anderer Seite 360 Grad effektiv. Wir haben ein paar Vorteile auch, wenn das voll ist, kann man so leicht entsorgen. Das ist Pflegeleit und kostengünstig. Und anderer Seite, der arbeitet effektiver als die klassischen Geräte, werden wir damit neue Generation in den Markt einführen. Vielen Dank.